Servus, auf dem Test-Server kamen gerade die neuen Patch-Notes und wir kriegen einen neuen Reiser-Held, Anoki. Morgen kommt das Update auf den Test-Server, also ich werde dann nochmal ein kleines Extra-Video machen zu dem. Dann kriegen wir eine neue Reise der Wunder. Wir bekommen endlich den langersehnten Gipfel der Zeit, den ihr ab Kapitel 2020 freischaltet. Es kommt ein neues Event dazu, dass man wohl freischaltet, wenn man dieses kleine Gilden-Event da gemacht hat, also dieses Twisted Realm, also wo Arden, dieser Kyla und so, ihr wisst schon das, was immer zwei Tage mitläuft, dieses Event, wenn man das freigestaltet hat, dann kann man das Event wohl mitspielen. Dann kommt eine neue Ressource dazu. Genau, was auch noch ziemlich nice ist, wenn ich das hier so richtig verstehe, in diesen ganzen Zwischenzügen, also im Feldzug, war es ja bis jetzt so, dass man immer nur bei den Bosskämpfen sehen kann, wie andere Leute das gemacht haben. Jetzt funktioniert es auch bei den Zwischen-Etappen. Genau, und hier haben sie noch irgendwas optimiert, aber was das genau ist, naja. Dann haben sie noch ein paar Charaktere überarbeitet. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen, wenn ich den neuen Held kurz vorstelle. Und bis dahin, haut rein! Bis dahin!